Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixi Dackel Folge 26 Glatt wie ein Aal Gestern, heute, morgen, übermorgen, hier gleicht nie ein Tag dem anderen. Das liegt aber keineswegs daran, dass hier im Garten von Bernd Schäferhund und Trixi Dackel die Uhren anders ticken, sondern wohl eher, dass kein Abenteuer dem anderen ähnelt. Super, findet ihr nicht? Das ist doch etwas, auf das man sich verlassen kann. So beginnt dann also wieder ein neuer Tag hier im Garten. Unsere drei Hunde gähnen noch im Körbchen, im Blumenbeet machen sich die Hummeln an die Arbeit und auch im Rest der näheren Umgebung finden bekannte Abläufe statt. All diese aufzuzählen würde ewig dauern. Michael läuft am gehäkelten Efeu herunter und Peter singt am Zaun von Buf Räuber. Maja die Maus huscht am Mäusehotel, am Blätternest hin und her, um nur mal ein paar Eindrücke zu nennen. Nun ergreift Bernd Schäferhund die Chance und springt heraus aus seinem Korb, natürlich in seinem eigenen Tempo. Cassie Meerschwein macht es ihm nach, genau wie Trixi Dackel. So geht es also nun wieder weiter, hier bei unseren drei Freunden. Eventuell werden wir ja mit einem neuen Abenteuer überrascht. Das wäre prima, oder? Zu lange warten will Bernd aber nicht. Darum läuft er auch direkt los. Bloß keine Zeit verlieren, denkt er sich bestimmt. Das muss auch die richtige Entscheidung gewesen sein, denn auch Trixi Dackel und Cassie Meerschwein laufen hinterher. Richtig schön, den dreien zuzusehen, wie sie ein neues Abenteuer entgegenfiebern. Na ja, nach so vielen gemeinsam erlebten Abenteuern ist ja auch nichts anderes zu erwarten. Bernd findet sogar recht zügig eine interessante Stelle im Garten. Denn wer hätte das gedacht, auch der Garten steckt immer noch, auch nach unzähligen Abenteuern voller Überraschungen. Es handelt sich hier um einen kleinen Tümpel, also ein sehr kleiner schlammiger Teich. Dieser ist nie wirklich aufgefallen, da er hinter mehreren Bäumen und Sträuchern am Ende des Zaunes ist, am Grundstück, wo sonst Bufräuber sein Unwesen treibt. Es gibt immer etwas zu entdecken, räuspert sich Trixi Dackel. Ihr müsst mir erstmal erklären, was genau das denn ist, was wir hier vorgefunden haben, meint Cassie Meerschwein. Du meinst den Tümpel? fragt Bernd. Ja, genau, freut sich Cassie neugierig. Oh, ich dachte, du wüsstest, was ein Tümpel ist, meint Trixi verwundert. Nicht wirklich, klingt aber spannend, meint Cassie. Sie macht Sitz, richtet ihre Ohren aus und fragt schließlich, okay, wer von euch beiden erklärt es mir? Dabei wedelt sie fröhlich mit dem Schwanz. Bernd, erkläre du, spricht Trixi Dackel, du hast nicht nur mehr Erfahrung, sondern auch die passende Erzählstimme. Und du hinterlässt, wie ich finde, auch den Eindruck, dass du genau weißt, wovon du redest. Wie ein Lehrer eben. Eben genauso, wie es nur ein echter Bernd Schäferhund kann, sagt Trixi überzeugend. Wow, freut sich Bernd. So denkst du also über mich, liebe Trixi? Vielen Dank, das ist ein tolles Lob. Dann fange ich mal an. Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte setzen. Es gibt nun ein kleines Referat. Herr Schäferhund darf ich mitschreiben, lacht Trixi Dackel. Auch Cassie grinst. Ruhe bitte, ruft Bernd, eben wie ein echter Lehrer. Ein Tümpel ist ein kleines Gewässer, wie ein Teich eben, allerdings auch etwas flacher. Manchmal können Tümpel auch schnell austrocknen, weil sie so flach sind. Fische gibt es zwar auch, aber natürlich seltener. Tümpel sind daher für Insekten viel bedeutender, da sie weniger Fressfeinde vorfinden. Aber auch Molche kommen hier vor, ebenso wie Laub- und Grasfrösche. Das war's auch schon. Das war alles, was ihr über Tümpel wissen müsst. Naja, fast alles. Aber fürs Erste reicht es. Man hört die Kirchenglocke bimmeln, was Cassie und Trixi gleichzeitig als Pausenklingel bewerben. Beide applaudieren, Bernd, Schäferhund. Ich beende den Unterricht, ruft er scherzend. Nun bemerkt er allerdings, dass er nicht nur von Cassie und Trixi Beifall bekommt, sondern auch von einer weiteren Person. Zwischen Trixi Dackel und Cassie Meerschwein bewegt sich jemand. Prima erklärt, großer, schwarzer Hund, ruft er. Er geht zu Bernd Schäferhund und dreht sich zu Cassie und Trixi um. Ich bin Oliver. Ich bin ein Kammmolch. Super erklärt, ruft Oliver, Bernd Schäferhund zu. Mein Referat bekommt ja echtes Unterrichtsmaterial, lacht Bernd. Hallo, Oliver, meint Bernd Schäferhund. Ich bin Bernd Schäferhund und meine beiden Schüler da vorne heißen Cassie Meerschwein und Trixi Dackel, vorgestellt von klein nach groß. Mega, ruft Oliver, hier ist nicht viel los am Tümpel. Wie du ja bereits erwähnt hast, begegnet man hier kaum Fische. Ab und zu mal eine Karausche, eine Ellritze oder auch mal ein Modalieschen, aber eben äußerst selten. Du kennst dich gut aus, Oliver, ruft Trixi laut durch die erfundene Klasse. Genau, und du glänzt ja richtig, staunt Cassie. Ja, das ist eine Schleimschicht, ruft Oliver, der Kammmolch. Man sagt öfter mal zu mir, du bist glatt wie ein Aal, aber das ist total falsch und hat rein gar nichts mit meiner Schleimschicht zu tun. Jemand, der glatt wie ein Aal ist, hat einfach nicht den allerbesten Charakter, also das beste Benehmen. Sowieso mochte ich die Redewendung noch nie wirklich, da ich viele Aale kenne, und das sind wirklich total liebe Tiere, Oliver schnauft. Was hältst du davon, wenn wir eine Runde durch unseren schönen Garten laufen, bietet Bernd höflich an. Dabei steht er schwanzwedelnd auf allen Vieren, so wie es nur der echte Bärenschäferhund kann. Sehr gerne, freut sich Oliver interessiert. Wenn ihr mögt, erkläre ich euch unterwegs in mundgerechten Häppchen auch ein paar Fakten über uns Molche. Sehr gerne, nicken Trixi und Cassie. Wir können dir auch vieles über uns Hunde erzählen, und sowieso auch eine ganze Menge über die Vielzahl an Abenteuern. Großartiger Plan, schreit Oliver auf. Mit den Worten, nun kommt Leben in die Bude, reiht sich Oliver neben den Hunden ein, und die touristische Führung durch den tollen Garten beginnt, wie so häufig bereits in der Vergangenheit. Angeführt von Bernd Schäferhund, der ja eben noch Lehrer war. Flexibel, wie es nur unser Bernd hinbekommt. Es gibt viele verschiedene Molche. Aber wir Kammmolche sind kräftige Wassermolche. Wir können sogar zwischen 18 und 20 Zentimeter erreichen. Abhängig vom Geschlecht. Die Weibchen sind bei uns die größeren Tiere, erklärt Oliver völlig stolz. Dass wir uns gerne in Wassernähe aufhalten, das wisst ihr ja bereits. Vielleicht habt ihr für heute aber auch genug Stoff vermittelt bekommen, fügt Oliver der Kammmolch hinzu. Lasst es uns am besten für heute mal bei der Runde durch euren Garten belassen. Aber solltet ihr Fragen haben, dann könnt ihr euch immer gerne melden. Danke, Oliver, meint Bernd Schäferhund. Wir können aber auch mal zusammen eine Unterrichtsstunde planen. Und alles richtig professionell erklären. Prima und sehr gerne, antwortet Oliver. Die vier machen sich noch über Stunden hinweg auf dem Weg durch den Garten. Cassie Meerschwein ist genau wie Trixie Dackel, ganz erschöpft von den vielen Informationen. Bernd Schäferhund bringt Oliver persönlich zurück zum Tümpel. Bis bald, Olli, ruft ihm Bernd zu. Trixie und Cassie bleiben an der Eiche, um sich etwas auszuruhen. Es hat mich gefreut. Kommt gerne öfter vorbei. Vielleicht lernt ihr dann auch Albert, den Al, kennen. Bedankt sich Oliver. Sehr gerne, meint Bernd, während er sich in Richtung Blätternest an der Eiche begibt, um Cassie und Trixie abzuholen. Am Lieblingsplatz angekommen, ruft Bernd den beiden zu. Kommt, wir gehen rein. Wir haben das Glück, durch Oliver den Molch einen echten Aal kennenzulernen. Oh je, das bedeutet ja noch mehr neue Informationen, stöhnt Cassie Meerschwein. Während sich alle drei auf dem Weg ins Haus machen, meldet sich auch Trixie Dackel zum Thema Aal. Sehr gerne, das klingt interessant, aber garantiert nicht mehr heute. Ich bin platt vom Schulstress und ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein, für morgen, für unser neues Abenteuer.